Hallo meine Freunde, wir kommen jetzt zu meinem coolen Video. Ich habe mir überlegt, dass ich euch heute, ich habe versprochen, ich teste einmal, warte. Von der Lego kommen, haben wir zum Test und so habe ich heute ein Reset gekauft. Und mir ist schon etwas aufgefallen bei dem Eistee, also nicht gleich schon die Ewe vom Kapital. Und so ist mir das dann aufgefallen beim Geschmack. Schon irgendetwas von Schwarztee, also rein nütlich. Schon nicht noch. Wie ist der Geschmack Tee? Extrakt. So. Mit der Witz. Ja. Ich kann mir das sagen. So süße. Mit so starkes Süße. Okay. Jetzt auch noch so. Perfekt. Und ich teste jetzt auch wirklich. Okay. Bevor wir da immer jetzt schauen. Oh. Ich habe einmal Hämmer. Auch jetzt etwas Lego. Ich bin auch die Sängerin da. Okay. Ganz einfach. Ich habe da den Umhang. Riecht halt noch schön. Jetzt haben wir schon. Hämmer. Hämmer. Ich schieße jetzt raus. Hämmer. 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 Sehen wir das? Man kann es auf jeden Fall wissen, was ich mache. Aber wir können jetzt sehen, was ich mache, oder? Okay, so. Dann nehmen wir... So drauf. Dann muss ich rein. Ich muss ja auch weiter. Wir haben noch eine Sitzung. Wir nehmen die Sitzung, wo sie sinkt. Natürlich sieht es nicht anders. Ich bin ja rein. Nein. Ähm... Es ist eine Frage. Ich bringe ihn raus. Dann tun wir ein bisschen. Ich bin ja regelmäßig drin. Ich bin ja gleich ein Klas. Dann... Er ist auch hier ein Mal. Okay, der Kopf ist besser. So machen wir das Bild. Ah ja, der Zeichel. Sehr gut. Jetzt, ja. Die Logo. Der Bealltag ist gerade zu reinstecken. So. A3m Abstand. Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das kann ja bei Interviews werden. Jetzt habe ich da innen. So. Jetzt. Und das andere Mikrofon. Ich spiel da. Also, nochmal herzend. Okay, wenn wir jetzt nochmal den Sänger haben, das heißt, das kann ich jetzt so. Ein Pack haben wir offen. Das ist jetzt auch mit zur Tür. Ich weiß nicht, ich darf noch zwei Mal um so zu zahlen. Das sagen wir mal, was du rein hast. Ich bin gespannt. Ähm. Ein... Einen... Das ist halt dunkler. Also. Ein helles Pferd. Das sind jetzt die Wiener, und ich zeige euch nachher, wo ich wieder Lego-Technik brauche ich euch wieder mal am Start. Ich brauche nicht das Lego-Ding im Start. Für Zus, rein vor Form, das ganze Bild. Das kann jetzt was? Ich habe einen Indiker. Indiker sind die, die... Ja. Auf jeden Fall ist es ein Ersatz. Ich sage nur einen. Ich habe einen Ersatz. Das ist auch echt. Das ist ein Bildvideo. Oder weiterhin mal wieder anschauen. Schreibt mal in den Kommentar rein. Wenn ihr etwas gehört könnt, könnt ihr etwas gönnen. So Lego-Männchen. Ich habe hier noch eine drin. Verpackt. Und ja, einen schönen Tag noch. Und viel Spass. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.